guten abend gute nacht was muss noch wie mox egal hallo und herzlich willkommen zurück so ich habe aus versehen ja weltraum lift 10 14 rezeptur für zehn weltraum lifter angewählt jetzt brauchen wir nur 500 beton 250 eisenplatten 400 stangen und 1500 drähte so noch gut oder ist ein kleiner unterschied ja faktor zehn spielt auch keine rolle oder was wenn du weißt du willst auf mk2 dinge gehen dann also zum abbauen dann können wir das ganze konzept ist nicht aufgebaut wieder aufschmeißen oder wir publizieren gegen oben das ist die einfach also ich glaube du brauchst dann mehr platz eine etage nach oben ziehen das alles vorher doppelt gehen auseinander und ziehen das ding nach oben fertig so würde ich es machen ich habe fast keinen fall schaden gekriegt ich hoffe ich weiß nicht vieles hier von warum warum machst du nicht einfach doppelstöckig mit diesen dingen träger mache ich doch nein du machst es so dass man nicht drunten durchlaufen kann sondern drüber klettern muss etwas doppelstöckig also wie meinst du das ich habe doch das mit dem doppelding gemacht nein ich kann noch was höheres bin ich doofkopf oder was kommen sie mal bitte mit kommen sie da hinten hin warten sie mal hier noch mal das ding nur die zwei tier irgendwo den strom herz nicht auch so ein scheiß aber auch ich bin jetzt hier am strom ziehen also demnächst wird wahrscheinlich das ding zusammenbrechen ok leitung zu lang ok ach so du bist schon hier hinten und das nächste ding aber bevor du es anschließt möchte ich dass du noch mal dahinten kommst wohin denn eigentlich bin ja jetzt schon da hinten oder was meinst du mit dahinten hast du mein stockwerk gesehen was ich gebaut habe ich bin jetzt hier am strom verlegen ich habe noch nichts gesehen leider ok dann kommst du dann demnächst mal da hinten hin an und dann kannst du mich ja rufen dann komme ich da vorbei boah ist das ding so hoch oh was ist mit dir los ja und eigentlich jede plattform wäre gedacht für ein förderband linie und nicht unten und dann auf diese platte so habe ich gedacht ich baue das seit jahren so ok ich nicht weil ich möchte ja ich möchte unten durchpassen dann musst du halt äh anders genau nee also so wo war das ah hier war das schwarzpulver so ich habe genug davon wir können sprengstoff bauen also ich muss noch erforschen gewehrpatronen ein gewehr können wir auch bauen und ein zünder boah wie geil aber dafür müssen wir nächste stufe gehen weil wir brauchen beton und so also stahlbeton guck mal ob das hier auch noch funktioniert mit dem lift den ich gebaut habe ok das funktioniert ok 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 alles klar ok die scheiße kommt irgendwann ein 10.000 jahren ich hoffe mal unsere spätestens jetzt wird es dann alles auseinander brechen wenn ich dann noch die schmelzen und co baue ne du bringst mich auf ne idee du bringst mich auf ne idee du bringst mich auf ne idee ich habe doch gar nichts gemacht ich habe keinen bock mehr das von hand zu machen warum ist das eine schnecke komisch wenn du mal kohlevorkommen hast du ansatz und wir haben dann wasser ja dann wird es lustig das wasser können wir überall holen das ist kein problem ja gut für die ähm für die dingensbumme sag mal ähm 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 ja spielt keine rolle so so ich lasse jetzt mal fleißig äh kupfer herstellen hat er keinen strom 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 smilz zu wenig kupfer naja tolle wurst ähm ähm ich denke mal den weltraumlift den können wir demnächst bauen boom das ist schön ich hab ja auch was äh gebatten ne dann brauche ich da nur noch ähm dann brauche ich äh für den äh weltraumlift ein fabrikator und ich kann dir diese intelligente beschichtung herstellen und dann ähm haben wir das in einer halben stunde max stimmt ne das war ja noch was mit intelligente beschichtung und so bla 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 die intelligente beschichtung für du lis du hast jetzt das herz genommen ne äh jo kannst du es geben bitte also für brauche ein bisschen kupfer ne ich kann dir kupfer besorgen komm geben sie mir das bitte oder nein warte man komm mit ich zeig dir was wie du willst einfach mal ich bin hinter dir ja wie gesagt das ist nur provisorisch ich wiederhole es immer sehr gerne weil die zuschauer dann denken der hat das hauptsächlich so gebaut der will dass das so scheiße aussieht doch alles gut die kacke so aussieht hier in den lagercontainer bitte kupfererz reinschmeißen ah ich habe es noch nicht zu ende gedacht definitiv noch nicht ne so und jetzt erhalten wir unsere dritte ja cool oder ja guck mal da hinten wie viel produzieren wir eigentlich ja stimmt ah stimmt 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 ich habe das hier her ja das kommt dann noch ja das kommt dann noch ein Projekt ach ach zu viele Projekte hier es ist zu viel gleichzeitig warte mal kurz wir kriegen ja wir kriegen ja zweimal ne warte mal ne oh oh so ein splatter ein splatter ein splatter ein splatter die kommen hier hin das ist echt angenehm aber aber mal kurz mal kurz also wir brauchen dann definitiv noch karkstein vorkommen müsste ne ja da wusste ich es doch da hinten sind die zwei warum geht das nicht ein zwei und dann auch hier und ich habe kohle vorkommniss gefunden eine kohle A da wieviel ok schwere plonn mein Junge schwere plonn ja logisch zu wenig viel zu wenig platten kommen an aber ist ja klar dafür baue ich die dinge auch gerade ne mhm ok das heißt hier wenn ich hier bin das heißt hier hinten waren noch zwei kupferadern soviel ich mich recht erinnere das sind wieder zwei bulldogs so ach du kacke wir haben ja viel zu viel hier ähm ja wir haben ich habe doppelt soviel wir müssten nur zwei min haben ehrlich gesagt von ok kurz, ne das waren ja 60. Von Kopfer. Warte mal kurz. Nein, ich bin kurz durcheinander. Warte mal kurz. Bin ich gerade doof? Wäre möglich. Ich bin doof. Ja. Ich bin doof. Eindeutig. Weil wir haben ja zwei, ja. Ah, richtig. Ah, ich habe kein Concrete mehr. Ja, da muss ich zurück zur Weiß kommen. So, jetzt wird was draus. Ich dachte schon, jetzt haben wir viel zu viel gebaut. Aber, nö. Recht muss man aber können. Konstruktor. Du hast gesagt normale Eisenminen, oder brauchst du? Äh, habe ich schon. Ich brauche nicht mehr. Alle sind schon getätigt. Weil hier hat es. Ein paar. Und auch mehr. Aktuell ist alles in Ordnung. Okay. So, drei. Ah, ne. Diese feuerspuckenden Spass. Jo, die nerven echt, ne? Vor allem halten die viel mehr aus. Ja. Kann ich bestätigen. Proceed with Harvest, before it's too late. Harvest, before it's too late. Hallo? Hallo, hallo? Ah, hast du was gesagt? Ne, noch nichts. Ja, gut. Ich bin, ja, denken ist angesagt. Ich höre nämlich manchmal so seltsame Stimmen. Ach so. Gut, das kann alles sein, ne? Aktuell. Man weiß nicht so genau. So. Ey, wie viel Kapazität haben wir hier eigentlich? Das brauche ich nicht, das nicht. Das Kupfer, jetzt kann ich hier ablegen. Genau, jetzt kommen 60 durch, das passt. Und die brauchen ja 30. Jo. Jetzt ist auch, ähm, wunderschön. Die verstärkten Eisenplatten sind jetzt komplett. Und wir haben zu wenig Energie. Ja, ist ja kein Problem. Ja, einfach nur ein, ein Ding reinbauen, ne? Uff. Das wird mit der Zeit auch nicht gerade lustig. Wo hast du das Biomassegenerator und Ding gedacht? Ähm, die hab ich hier hinten. Die hier hinten. Ah, so da hinten. Ne, warte mal kurz. Die sind auch alle halt offen. Das heißt, wir müssen einfach nur eins bauen. Heilige Scheiße. So, Beton ist hier. Hast du was, das, äh, für Biomasse und so? Gut, Blätter ist nicht lustig, aber... Die kommen. Ich hab ja was, ich hab ja was, äh, kommt mit. Komm zum Dingens, zu unserem Hub. Mhm. Da, wo das Kupfer ja manuell komisch hergestellt wird. Jo. Die Bio, ne? Biomasse und so. Hier hinten. Im Lagercontainer. Ganz viel fester Bio-Treibstoff. Fast zwei Container voll. Ich denk mal, vieles ist nicht am Schluss. Das geht durch wie, keine Ahnung was. Ein Stack, also ein, zwei Hunderter Bündel reicht für zwei Stunden. Ich hab's ausgerechnet. Zwei oder eineinhalb Stunden locker. Locker. Warum geh jetzt immer Sicherung durch? Zu wenig. Du brauchst noch mehr. Ne, ich hab ja noch mal eins gebaut. Du musst sie aber auch befüllen. Ja. Hab ich ja. Nochmal eins, heilige Scheiße. Du produzierst 180 und bei einer Stromspitze... Warte mal. ... Bei mir funktionierts. Warte nochmal eins. Ach, ich brauch Kupfer. Ja, dann hol das Kupfer jetzt von den mobilen Miner und ball das hier rein. Weil der hat schon 324 Dingens produziert. Und die schweren Eisenplatten laufen jetzt auch durch, also die schweren Eisenplatten sind jetzt auch gut ausgelegt. Die sind jetzt alles auf 100% ne? Also es ist nichts irgendwie was denn die soll. Das ist alles außer der Beton. Der ist nicht auf 100% ausgelassen, aber spielt keine Rolle. Der ist auf 75%. Willst du den 100% auslassen? Ja, so wenig. Wenn ich die in der Base baue, du brauchst, bauen wir dann plötzlich fehlen. So, nochmal. Bums. So, ich bin ja doof. Ja, komm, wir warten da zuerst, bevor wir... Ich denke mal, wir machen das dann, wenn wir die Produktion verdoppeln. erhöhen, dann nehme ich das Ding nochmal hoch und dann kriegen wir das auch so hin. Weil für... Wir haben nur noch Platz für ein unreines, von dem her. Okay. Ah, genau. Biomassengenäure. Ah, ich bin auch so doof. Ja, das braucht schon... ...undsmalz, ne? Ja. Hm. Perfekt. Das geht ja tipptopp auf, was ich vorhabe. Ja. Oh, und was machst du da hinten eigentlich? Ich baue Straßen. Super. In alle möglichen Himmelsrichtungen, damit wir... ...das, was ich vorhabe, auch finden werden. Jemand? Ja, ne, da müsste ich in die Erde buddeln. Ne, das gibt's doch ja nicht, ne? In dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon gibt. Weiter als der Weltraumschläft Stufe 1 bin ich nicht gekommen. Da habe ich leider auch keine Ahnung. Aktuell. So. Sonst habe ich die Kapazität auf 210 Megawatt erhöht. Perfekt. Das werde ich brauchen. Das ist nichts. Ich baue noch ein, zwei Dinger mehr und dann würde ich das nächste bauen. Und da brauchen wir, glaube ich, auch noch die Konstruktoren. Oh mein Gott. Ja, ich würde jetzt auf Rotoren gehen. Oh je, meine. Hm. Vielleicht kann ich ja noch eins rüber. Ja, das passt. Ja. Dann haben wir es, ne? Mit? Mit? Ich glaube. Ich muss, äh, können wir die Folge ein bisschen früher zu Ende machen? Denn ich muss mal auf Klo. Okay, ja, kein Problem. Ja. Dann mach Stuhl TV. Nein, Spaß. Jo. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Vielen lieben Dank. Und, äh, nach einer kurzen Pause geht's für mich weiter. Und für dich auch, Patrick, ne? Tschüssi. Tschüssi. Ciao.